er hat gefasst du hast von meinem wertvollen Gras gefressen hier irgendwas Interessantes hier waren wir glaube ich auch schon so wir haben zwei Hilfestätten eingerichtet hier können wir eigentlich auch mal so ein kleines so eine Art kleines Volk bauen oder sowas hier guck mal das könnte man eigentlich perfekt umbauen nein, das wird nicht hey, du scheiße ich zeig dir gleich mal was das heißt nein ja ja Du blübbel, du blübbel, du blübbel, du blübbel... So und in diesen kommt auch wieder ein Hülsschwert, eine Dinge. So, da kommt hier nochmal ein Affel rein. Da kommt nochmal zwei, hier kommt jetzt mal drei. Leather, Leather, ja, Leather, ach ja, Leather, ne, wir wollten ja letztens noch Leather sammeln. Creeper Spaß und Erlebnis Park. Oh mein Gott. What the hell, what the fuck? What the beliebige Beleidigungen einfügen? Was machst du denn hier beliebige Beleidigungen einfügen? Ähm, ja, wir müssen nur erst einfügen. Also nur Bad Plus Plus raushauen. Naja, ich hau meine Videos nicht raus, bei mir werden sie ganz zärtlich mit einem kleinen Knopfdruck. Hochgeladen. Ich hoffe nur, diese kleinen Notfalldinger, die wir da haben, die werden auch mal besucht. Von uns also. So, hier ist ja jetzt unerforschtes Areal. Oder, ja, wir müssen noch hier kurz durchgehen und hier ist wieder eine neue Höhle. 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 Naja, nicht möglich. Es ist zwar eine Höhle, aber... Benedict. Papst Benedict. Ich rufe dich. Prozent ja auch hier war es wieder aber auch was können sie tun also ich hab da mal eine Frage also ich habe bei mir den super teuren Kredit für super teure Geschäftsleute gekauft ja und Prozent ich bin damit irgendwie unzufrieden das ist so teuer das kann ich ja selbst kaum bezahlen ja ich konnte auch nicht bezahlen aber du warst auch zum Glück drauf einzufallen Hahahaha Hahahaha die Gd Park Pater Patrie Vater des Vaterlandes wenn sie zufällig ein Glas Milch Sagen Sie Glas Milch Möchten Sie zufällig ein Glas Cola? Sagen Sie Cola. Äh, Bananen. Sie haben drei Gläser mit Apfelschorle und eiskalten Eiswürfeln. Ja, Service bei mir. So Service bei mir. Und wir haben schon wieder einen totalen Leck in der Heckscheibe. Ja, also, ähm, ja, wer da runter geht, kommen die wieder hoch. So, jetzt haben wir irgendwie, wenn behauptet, Folge 280, boah, man, wir müssen da jetzt runtergehen, wir waren in die anderen Mühle und müssen da jetzt einfach runtergehen, aber was ich vor ein Jahr oder vor ein paar Monaten gesagt habe, ist doch scheißegal. Au. Ja, und es ruckelt gerade extrem. Ich wusste zu gern, warum die Festplatte, ähm, rackert wieder. Wie, sonst was? Ah. So, hier sind wir aber auch schon wieder. Jetzt gehe ich noch kurz bei mir zu Hause. Und ich muss mir noch aufschreiben, was ich in dieser Folge jetzt noch so gemacht habe, weil meine Folgen gut mache ich mich selber an. Manchmal komme ich nur dazu, wenn ich, äh, oder, ja, manchmal, oder ich muss ja meine Folgen, oder die Titel, die haben dann ja immer Titel. Und diese Titel, die muss ich mir ja ausdenken, anhand von was? Oh, die Textur fehlt. Ja, ist mir auch mal passiert. Auf dem Server. So, acht Holzbretter, zum Glück, weiß ich hier, wo was ist. Also, äh, ich hab das irgendwie zum, umsonst irgendwie gekauft. Aber wir können uns ja noch einen Notfalldingensterbums da bauen. Ja, mit einer fehlenden Chest-Textur möchte ich mich nun mit viel Geruckel, ach nee, im Moment geht's ja auch eigentlich wieder, mit viel Geruckel, aber von euch verabschieden. Aber bevor wir das machen, brauchen wir erst mal einen Namen. Wie soll der denn heißen? Brötchen! Nein, das ist so kein richtiges Namen. So, vielleicht geht wieder aus dem Haus, äh, aus dem Bild oder so was. So wie das bei Glockens, ich weiß doch nicht, ich muss das ja andere Mal spielen. Meine Nase ist sliming very much. So, aber bevor wir uns verabschieden, will ich jetzt noch mal gucken, was bei diesen komischen Pilzen passiert. Dazu umnehmen wir uns, ah, die Textur, die blinkt, hallo! Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. S.O.S. Mal kurz, mal lang, mal kurz, mal kurz. Dann die ganze Zeit kurz, 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 kurz. die hier hier ist gut Knochen haben wir eigentlich auch ganz viel ich guck mal eben kurz nach und dann will ich das Let's Play jetzt auch erstmal vorübergehend ja die Textur die gehen jetzt mittlerweile die Textur hier war er hat irgendwas geladen was er nicht geladen konnte Kohle 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 Prozent Alter Schwede das kann man mit Knochen noch machen außer Bodenmeel ich weiß es auch nicht hier ist so ein Schwarzweiß so eine Schwarzweißlücke ähm man muss erst mal eine ganze Menge Bodenmeel ja das brauchen wir für die Landwirtschaft super oft so jetzt sind auch unsere ganzen anderen Texturen in die ja guck mal hier zum Beispiel jetzt in Weiß jetzt geht's auch wieder hihihi Oh Mann Alter Schwede jetzt ist das da dann ist das weg es sieht eigenartig aus und dazu passt doch die Hintergrundmusik es sieht eigenartig aus wo kommt das nur her ihr seht auch so scheiße aus wie kann das nur sein ja wie kann das nur sein so ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag eine schöne Nacht weiter Lebensablauf bis zu unserer nächsten Folge und ich werde es noch mal am Ende versuchen einmal Prozent SachschnellLP aufzuschreiben so SachschnellLP steht jetzt hier auf meinem kleinen Blättchen vielleicht habt ihr das gehört vielleicht auch nicht aber so am Ende ist die Frammer jetzt wieder total okay und wie das aussieht warte ich mach mal kurz was Screenshots okay dann nochmal hier ein Screenshot und dann wenn ich jetzt mal ins Inventar gehe nochmal ein und die werde ich dann auch oder ich wollte ja eigentlich irgendwas mal so ein Video machen ne also dass ich dann in dem Video alles mögliche zeige aber genug quasi so gespitzhacken die gibt es nicht mehr es gibt keine Brötchen mehr es gibt nur unsere Arme Brötchen Knochenmehl Knochenmehl naja auf jeden Fall Knochenmehl muss noch nicht dahin das andere Knochenmehl wir kennen wir haben jetzt nur noch hier ab und zu mal ein paar Bilder hier überall Zahlen dran und dann noch einmal eine genaue Erläuterung was wir denn uns gerade da anschauen aber hm die sind auch fertig das ist auch ganz schön und meine ich noch den eben und ich kann noch mal ein bisschen erklären also ich weiß nicht woran es liegt jetzt der hat wohl irgendein Problem ach das ja mach ach so die ja die Bewegung das ist nicht mal das geht so nicht so ein Megangau oder so wir haben jetzt auch wieder rohes kann noch eben das rohe Hühnchen da rein ja ich geh jetzt nämlich auch mal essen und schmeiß meine Sachen meine Würstchen und auch mal auf dem Grill und ja jetzt verabschiede ich noch einmal offiziell und ja vielleicht werde ich morgen nochmal kurz spielen oder so etwas auf jeden Fall muss ich jetzt Tschüss sagen da klingelt auch schon das Telefon und wir sagen Tschüssi Kowski